Die Vivi Web App bekommt ein komplett neues Design. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den bevorstehenden Assassin's Creed LFT Drop genauer an. Und wir schauen uns auf jeden Fall viele weitere Drops noch an, die in der kommenden Zeit bzw. auch morgen anstehen werden. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle auch rein direkt mit dem neuesten vom neuen und zwar nämlich der neuen Vivi Web App. Denn es gibt jetzt mittlerweile zwei Versionen der Web App. Einmal die V1, das heißt die, die wir alle kennen und dann V2 und die werde ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und dazu springen wir einmal ganz normal natürlich wie immer in die Web App selbst. Und wenn ihr euch dort einloggt, habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, sozusagen euch die Vivi Web App 2.0 einmal anzusehen. Sie soll auf jeden Fall sehr viel einfacher sein, sehr viel mehr Zugangsmöglichkeiten geben und insgesamt so das Collector Erlebnis auf jeden Fall verbessern. Wir schauen uns das gesamte mal an, ob das wirklich so der Fall ist. Wir gehen auf Visit Vivi 2.0 und ich habe natürlich auch schon vorher einmal reingeluschert. Das Ganze ist natürlich jetzt momentan noch so ein bisschen in der Beta. Es wurde jetzt heute released am Dienstag und dementsprechend kann man natürlich hier noch mit dem einen oder anderen Bug rechnen. Das ist auch völlig normal. Schauen wir uns erstmal so das erste Design hier einmal an. Wir haben hier im Prinzip die normale Übersicht. Wir haben hier Coming Soon. Wir haben hier unten natürlich auch, welche Drops schon waren und die hier möglich waren zu kaufen. Also im Prinzip vom Design her ist es auf jeden Fall anders als davor, aber im Prinzip die Aufteilung bleibt hier gleich. Dennoch finde ich es persönlich sehr, sehr cool, was sie jetzt hier eingeführt haben. Und zwar nämlich erstmal diesen Tag hier, zum Beispiel in dem Fall hier die Ankrammen und dass sie tatsächlich auch das Gem Symbol komplett verändert haben. Es sieht doch schon auf jeden Fall ein bisschen anders aus, aber auf jeden Fall ein bisschen moderner auch meiner Meinung nach. Insgesamt auf jeden Fall vom Design her, von der ersten Seite her, sehr viel schöner muss ich sagen. Momentan, vielleicht auch noch für den einen oder anderen, ist der Market und auch die Collection noch nicht in V2 drin. Das läuft noch über die Version 1. Dennoch ist das bestimmt auf jeden Fall auf der Liste und wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen und auch, beziehungsweise in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich kommen. Von daher, das sind auf jeden Fall noch die Sachen, die fehlen aktuell. Ansonsten ist der Rest hier schon designt. Wir können hier oben außerdem, was ich sehr, sehr cool finde, neben dem Vivi-Logo switchen, neben Collectibles, Comics, Market V1 und der Vivi.me App. Also wir haben hier die Webseite, Market V1 und Comics ist dann im Prinzip Vivi Comics, wo ihr dann direkt auf die Webseite kommt. Schauen wir uns das Ganze aber nochmal weiter an. Wir haben hier im Prinzip dann nochmal die Collectibles, die wir uns anschauen können, wie die hier im Prinzip gedroppt sind. Wir können natürlich auch mal schauen, wie viel Edition-Sizes das beispielsweise hat, wie viel Remaining-Editions und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich auch hier zum Beispiel gerade aktuell noch, fehlt zum Beispiel der Edition-Type. So, da sind natürlich noch ein paar Bugs drin. Insgesamt finde ich persönlich es aber einfach deutlich, deutlich schöner gemacht. Es ist sehr viel angenehmer, es ist auch so ein bisschen im Stil der Vivi Comics App. Das merkt man ganz, ganz stark. Dennoch finde ich das auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, die das hier im Momentan hinlegt. Das Einzige, was mir persönlich tatsächlich ein bisschen missfällt, wo ich ein bisschen traurig bin, dass sie das tatsächlich nicht mit dem Market V1 und der Vivi Collection im Prinzip direkt auch noch mit integrieren konnten. Das ist tatsächlich ein kleines Manko, dennoch es kommt und das ist das Wichtigste. Und wir bekommen hier im Prinzip schon mal den ersten Vorgeschmack von dem, wie dann im Prinzip die neue Web-App komplett aussehen wird. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Design, was wir jetzt dann hier haben, eventuell auch für die normale App übernommen wird. Wenn man auf dem Handy beispielsweise die Web-App öffnet, soll das auch schon sehr, sehr cool aussehen. Dennoch wäre es natürlich auch schon cool, wenn das Ganze auch für die App selbst rauskommen würde. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung zu der ganzen neuen Webseite, beziehungsweise zum neuen Design unten in die Kommentare. Mich persönlich würde das auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und wir haben es richtig vermutet, es kommt etwas mit Assassin's Creed. Und zwar bekommen wir jetzt hier Bayek und zwar hier einmal mit einem Collectible am 5. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit. Und man muss auch dazu sagen, Assassin's Creed Series has sold more than 200 million Games worldwide. Das ist erstmal richtig krass, dass sie über 200 Millionen Games im Prinzip weltweit verkauft haben. Dass wir jetzt am Sonntag eigentlich schon den ersten Drop von ihnen haben. Ich würde sagen, wir schauen das Ganze mal uns an von Assassin's Creed, was wir bekommen werden. Wir werden hier einmal, wie gesagt, Bayek als Ultra bekommen, animiert und auch mit Sound. Und es wird wahrscheinlich nicht der letzte hier gewesen sein. Wir haben hier einen Listenpreis von 50 Gems und einen Edition von 2017 Stück. Außerdem eine First Appearance. Der Lizenzgeber ist an dieser Stelle Ubisoft, wie schon vermutet. Und wir haben im Prinzip hier, ja, das erste Assassin's Creed NFT auf Vivi. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube, viele Leute, die hier Fans von dem gesamten Spiel sind, werden das auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Schreibt mir auch hier unbedingt gerne eure Meinung zu dem Collectible unten in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Musik-Collectible. Und zwar nämlich von Ron English. Und zwar nämlich Record Hashtag 2 Fame Finds The Village Idiot. Und das wird im Prinzip die nächste Platte sein, die wir hier von Ron English bekommen werden. Ron English hat ja schon bereits eine Platte released, auch mit einer Jukebox. Für mich persönlich ist das ehrlich gesagt überhaupt nichts. Der eine oder andere fühlt das, glaube ich. Aber ja, ich glaube, es kommt tatsächlich gar nicht mal so gut in der Community an. Wir haben hier insgesamt aber wieder drei Versionen. Wir haben einmal den Listenpreis für 6 Dollar, beziehungsweise 7 Dollar an dieser Stelle. Wir haben hier eine Edition von 1200 Stück. Außerdem haben wir dann natürlich hier noch eine weitere Edition. Und zwar die Altrair mit 600 Editions, die Gold ist. Und wir haben natürlich dann auch noch hier die Platin, die 200 Editions hat und das Secret is. Also hier auch wahrscheinlich wieder viele Leute am Start, die gambeln werden. Nichtsdestotrotz, ich bin mal gespannt auf den Song. Ich habe tatsächlich den jetzt nicht gefunden. Dennoch wird das bestimmt interessant werden für den einen oder anderen hier das Gesamte mitzumachen. Kommen wir nun zu Vivi Comics. Und zwar wird der nächste Monat, und zwar in dem Monat Mai, natürlich auch wie immer der Star Wars Monat sein. Denn am 4. Mai ist nämlich der offizielle Star Wars Tag. Und da ist natürlich immer ordentlich Party von Star Wars Seite. Und dementsprechend geht es tatsächlich auch diesen gesamten Monat ordentlich ab. Wir werden eine Menge, Menge Star Wars Comics bekommen. Und zwar werden wir nämlich hier am 1. Mai, das heißt morgen am Mittwoch, schon mal auf jeden Fall einige Star Wars Comics sehen. Wir werden aber natürlich auch dazu normale Comics sehen. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig voll gerade, was an Comics in die Vivi App kommt. Dementsprechend, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Gesamt hier ankommen wird. Ich finde es aber auch sehr, sehr cool, dass tatsächlich jetzt hier auch Star Wars mit reinkommt. Ich denke, das ist für den einen oder anderen doch ziemlich interessant. Und kommen wir nochmal zum Omi-Token. Denn darüber haben wir tatsächlich schon ein paar Videos nicht gesprochen. Momentan ist er 1,4% im Minus. Und aktuell ist er sowieso der ganze Kryptomarkt immer noch weiter am nach unten ziehen, am korrigieren. Und deshalb ist natürlich auch der Omi-Token davon nicht verschont geblieben. Momentan, wie gesagt, hier wieder bei den 3,059. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal auf dem Chart genauer an. Derzeit haben wir hier nur noch einen kleinen Abstand zum Low. Und ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so viel, wenn man sich das anschaut. Hier zum letzten Low sind es gerade mal 8% in etwa. Was nicht wirklich viel ist bei den täglichen Bewegungen, die Omi macht. Ich persönlich bin momentan ziemlich vorsichtig. Ich habe hier aber auf jeden Fall eine Order liegen. Das heißt, wenn der Markt hier nochmal runterkommen sollte, nimmt es mich auf jeden Fall mit. Das ist persönlich aber für mich auch erstmal momentan tatsächlich die einzige Order, die ich platziert habe. Und wahrscheinlich auch die einzige Order, wo ich nochmal Omi aktiv nachkaufen werde. In den nächsten Wochen und Monaten sollte es nicht eine äußerst positive Entwicklung mit dem Omi-Token geben. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal kommunizieren mit euch. Einfach hier, um auch eine gewisse Transparenz für euch zu bieten. Das ist auf jeden Fall momentan so der Stand der Dinge. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, euch da draußen hat das gesamte Video gefallen und auch Mehrwert geboten. Wenn das so ist, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen 1. Mai. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.